Yeah Leute, wir haben heute einen ganz besonderen Gast und das ist dieser Ball hier. Der Ball. Er denkt euch jetzt wahrscheinlich, was nix besonderes. Aber guckt mal, wie hoch der Sprung kommt. Und heute zeige ich euch, wofür ihr den Ball gut benutzen könnt und was man alles mit dem machen kann. Also wir fangen jetzt erstmal mit der Sache an, wie hoch der Sammler ist. Das ist schon sehr gut, wie hoch der fliegen kann. Achso, und das stimmt nicht, dass sie immer wieder in die Hand zurückkommt. Also man muss den schon selbst in die Hand holen. Und sonst war es das halt auch. Ich wollte euch heute nur mal zeigen, was das für ein Ball ist und wie man den halt funktioniert. Also, ciao!